Hi! Manchmal passieren einfach tolle Sachen. Eine YouTube-Abonnentin von mir, die Marina von Lee, die hatte eine Textidee und eine Musikidee, hat sie mir zugeschickt und gesagt, sozusagen, Jürgen, mach doch was daraus. Kannst machen, mit was du willst. Okay, dann habe ich da ein Lied draus gemacht. Ein bisschen erweitert hier, ein bisschen anders da, aber so hört sich das an. Das Lied heißt Kindergarten, das macht Spaß. Marina, großes Dankeschön. Und es geht los. Kindergarten, das macht Spaß. Wir freuen uns auf jeden Tag. Kindergarten, das macht Spaß. Kindergarten, das macht Spaß. Jeder so wie er es mag. Kindergarten, das macht Spaß. Hüpfen, tanzen und die Singerei. Dann sind alle mit dabei. Ja, wir singen laut im Chor. Und der Beat, der geht ins Chor. Oh ja! Kindergarten, das macht Spaß. Kindergarten, das macht Spaß. Kindergarten, das macht Spaß. Kindergarten, das macht Spaß. Jeder so wie er es mag. Kindergarten, das macht Spaß. Wir sind nicht klein und voll auf den Sack. Wir klatschen immer stets im Takt. Kindergarten, das macht Spaß. Wir drehen jetzt so richtig auf. Ja, da wackelt dir das ganze Haus. Kindergarten, das macht Spaß. Kindergarten, das macht Spaß. Kindergarten, das macht Spaß. Wieder so wie es mag. Kindergarten, das macht Spaß. Kindergarten, das macht Spaß. Ja, springen, toben, das wollen wir auch. Ja, so sind wir immer drauf. Wir drehen jetzt so richtig auf. Wir drehen jetzt so richtig auf. Da wackelt dir das ganze Haus. Kindergarten, das macht Spaß. Wir freuen uns auf jeden Tag. Kindergarten, das macht Spaß. Wir drehen jetzt so richtig.